Willkommen zurück zu Clash of Clans. Wir haben das Rathos Level 6 freigeschaltet. Das heißt, hier haben wir jetzt auch eine ganze Menge zum bauen. Fangen wir an mit der Goldmine. Und mit dem LXT-Sammler. Dann bei Verteidigung bauen wir erstmal alle Mauern. So, das lassen wir erstmal. Und dann bauen wir jetzt, ich glaube erstmal drei von denen. Für mehr reicht das nicht. Ja, nehmen wir den Magiaturm. Oh, das reicht doch für alles. Ist natürlich schön. So, jetzt haben wir hier alles. Könnten direkt weiter verbessern. Verborgene Schätze. Uhrenturm reparieren. Wir haben schon wieder ein Viertel für die nächste Bauhütte. Wir sind ziemlich gut dran. Ja, hier habe ich es nicht ganz geschafft. Das fehlt noch ein bisschen. Deshalb werden wir jetzt auch angreifen. Hier spare ich auf den Baba. Fehlt ja auch nicht mehr viel. Und, warte mal, 2, 4, 6, 8. Schade. Es gibt nämlich aktuell eine Herausforderung, wo man irgendwie 50 Juwelen bekommt oder so. Aber dazu braucht man 10 Hautraufriesen. 50 Prozent, 2 Sterne. Das ist natürlich schön. Natürlich laufen die falsch. Ich hätte noch die Kanone bekommen. Naja, 74 Prozent. 2 Sterne. Das ist doch ganz okay. Jetzt müssen wir warten und gucken. Ne. Nie. Nie. Nie kriegt er damit 47 Prozent. Und zwei Sterne. Wow, ich müsste das auf Level 8 verbessern. Damit ich es hinbekomme. So. Verbessern. Es fehlt immer noch ein bisschen. Schade. Ich musste übrigens das Elixierlager verbessern. Sonst hätte es nicht geklappt. Gut. Dann machen wir jetzt erstmal hier drüben einen Angriff. Trocken sind da. Zauber auch. Gut. Ich kann ja jetzt natürlich erstmal nichts hier machen. Kann es auch nicht verbessern. Oh, der sieht schön aus. Ich glaube, er hat keine Clanburg-Truppen. Und dann bitte wir mal das machen. Und dann können wir die Bauchkarte nehmen. Und dann werden wir das auch mal nochmal. Jetzt sehen wir uns das auch mal ganz schön. Und dann schauen wir mal noch mal die anderen Karte nehmen. Und dann machen wir, der Karte. Und dann machen wir ihn. Der one-shottet die Boogies einfach, aber geschafft! Auch wenn's... Oh... Ich sollte mir schwächere Gegner raussuchen. Ähm... Ja... Ich glaub, das wird nix. Ähm... Ich mach mal hier einen Cut. Ja, da bin ich wieder 32%. Mehr leider nicht, aber wir haben ja ein paar viele Sparnisse. So, hier brauche ich die 300.000. Äh... 85.000. Ja, das reicht. Das ist sogar leider ein bisschen mehr als ich brauche. Okay... Ich glaub, ich geh nur erstmal auf 50%. Und ich mach das... Da krieg ich hin. Vielleicht hätte ich die Schleifschützen nehmen sollen. Ja, ich hätte die Schleifschützen nehmen sollen. Hm... Ne. Lohnt sich zwar voll, aber... Ne. Achja, ich hab... Ne, ne, Base ist euch wahrscheinlich schon nix aufgefallen. Ähm... Okay. Ich hab die andere einfach umgebaut. Ich hab das wieder so gemacht. Dass das hier ist. Und hab das einfach... So dazu gestellt. Mit der Mega-Mine hier und der Stoßfalle. Hier noch eine Mine und die zwei Sprungfallen. Training. Drei neue. Ich lass das erstmal. So, ich hab das grad mal rausgekartet. Ich hab echt lange gesucht. Ich versuch's. Der hat halt hier einen Minenwerfer. Im Ausbau. Außen hat er nichts. Klärmburg-Truppen zum Glück auch nicht. Kommt schon, Riesen beeilt euch. Macht den Magiaturm kaputt. Ah. Der zieht halt so viel Leben ab. Und jetzt gehen alle langsam drauf. Stück für Stück. Blick. Und Balzling keine mehr übrig. Und hier stehen morgen unseren Pelzling. Acht! So,any-Truppen-Üflung! Also hier ist es beim Schul auf. vom Kolschang, Past. Ihr könnt auch mal renovieren. Warum summieren wir die 해주hen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kommt schon, es läuft jetzt rum. Nein, nein, sie läuft natürlich nicht rum. Okay. Ah, ich hatte vor, das Radhaus noch zu holen. Wie gesagt, ich greife lieber die Kobold an. Fragen wir noch mal Truppen an. Und hoffen wir jetzt, dass wir es hier hinkriegen. Ich würde tatsächlich wieder auf 50% gehen, weil einfach alles außen steht. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, 64%, leider keine zwei Sterne, aber wenn man bei dieser Base einen Stern holt, holt man häufig keinen zweiten. So, Verteidigung, Luftbomben, stellen wir erstmal hier hin und tauschen dann damit. Oder... So, und stellen dann... Das in Verbindung mit dem Wachposten auf. So... Aber jetzt ist der Tesla hier. Soll ich den mal ganz nach außen stellen? Und dann bemerkt das natürlich keiner, weil... Wie soll man den auch bemerken? Nee, so bin ich nicht. Ähm... Ja, wobei... Ich muss das hier hinstellen, weil sonst der Abstand hier zwischen den beiden zu groß ist. Aber ich glaube, so klappt das. Ja. Und die Truppen sind auch gleich fertig. Hier brauchen die allerdings noch ein bisschen... Ja. Okay. Ich glaube... Ja, ich glaube, das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal habe ich die... Und hier hochgezogen die Mine. Die Stoßfalle und die Megamine. Ja. Die Megamine auch. Beim Labor muss ich mal gucken, ob ich da drin noch was mache. Und das hier ziehe ich auf jeden Fall hoch. Also die ganzen Mauern. Die Riesenbombe. Sprungfallen kann ich noch nicht verbessern. Die Luftabwehr, den Minenwerfer, den Magierturm und den Luftfeger. Also zwei bestimmt, aber ich versuche mal alles zu machen. Noch dazu das Labor. Auf jeden Fall. Ja gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss. Damit einuffbereibt. z